Hallo und herzlich willkommen zu meinem Alphapack Opening. Heute machen wir 50 Alphapacks auf. Ja, wahrscheinlich direkt. Ja, ewig, Digger. Du musst gönnen Black-Eyes Fuß. Ja, werde ich nicht spielen, weil ich keinen Pumpgun spiele, aber das ist ganz nice. Hahahaha, wer geht der, Alter? Uuuuhhhhhh. Schmeckt. Werde ich wahrscheinlich drauf machen. Das Grün ist... Ah, du Klaas. Ja, das Grün ist. Hier der Lupikat. Grün ist. So, ist blauig. Gondol, okay. Oh, es gibt jetzt einen Schampfen, aber das Grün ist weg. Grau, Schmutz, habe ich... Hä? Den hatte ich doch schon, oder? Was ist denn da? Ich bin schon. Grün. Ja, habe ich schon. Was ewig ist jetzt. Komm, Fuß, gönn. Hey, Guys! Ja, die MX-4 Storm ist nice, aber was steht denn da drauf? Krass. Moustake Kull made in Italy, okay. Sieben Millimeter. Ja, ich habe eine bessere Lackierung für MX-Storm. Das Grün ist... Ist eigentlich noch nicht mal so scheiße. Irgendwie... Ich fühle den... Kopfbedeckung. Warte, wir waren bei 86, gell? Bei 36. Ich sehe... Schmeckt! Muss ich definitiv drauf machen. Das ist gar nicht mal so scheiße eigentlich. Passt sogar zu meinem Helm, aber ich glaube, ich habe was Besseres. Ich glaube, ich habe was Besseres. Und sogar für eine Pistole, die man spielt. Easy. Ist wieder was episches. Komm, Nase! Ja, die Uniform ist ganz nice, aber ich glaube, ich habe was Besseres. Was ist denn das? Wahrscheinlich. Nein, nicht. Das sieht aus, als wäre das aus diesem Containment-Modus. Ich habe schon Leder für die Lackierung. Ja, also für die Waffe. Ja, scheiß drauf. Ich mache die einfach drauf. Vorbei legendär easy. Grünes. Ja, nicht. Ich habe mich geäußt. Ich habe mich geäußt. Oh! Oh! Geschmolzene Krone, Dinger! Ich werde dich definitiv drauf machen. Auf! beide die habe ich schon was episches, kaum Nase ja, habe ich schon ja, ich habe bisher auch nichts besseres für die Waffe, werde ich definitiv drauf machen schon wieder was episches, kaum jetzt Fuß mmmm ich habe beim letzten Alpha Pack Opening schon was für die Waffe gezogen aber ich glaube die ist geiler ist graus hab schon besseren Skin ja, noch 21 Alpha Packs grün oh, an Friday hab ich sogar schon komm jetzt Nase ja, das kann aber wirklich nicht sein dass ich für die, die ich gerade eben gezogen habe Black Ice gezogen habe komm ich jetzt Ölfleck weg in der oh, obwohl, ja ich fühle halt Queen nicht so ich habe schon einen epischen Skin für die Waffe mal gucken ob der geiler ist schau mir doch was hängen da ja oh, für die, für die Waffe habe ich eh noch nichts also daher komm, gönnt Black Ice der ja, habe ich doch eh gerade eben schon gezogen aber schon fast wieder 200k ansehen wieder was hippisch ist wieder was hippisch ist oh, wow Baumsturm der war eigentlich das cute ich habe wieder was hippisch ist au Blut habe ich auch schon was besseres blau ja, habe ich schon das kann aber wirklich nicht sein, dass ich genau für die Waffe jetzt schon 2 Lackierungen gezogen habe 2 gute ok, ich habe sie schon, aber trotzdem was blau ist ohaa boah die Lackierung ist eigentlich schon nicer weil ich habe halt schon Black Ice für 8 Alpha Per jaa jaa Nase, gönnt ach, komm hä ich hoffe jaa wie es geht aber mit besserer Lackierung schon ich glaube ich habe da auch schon was besseres hier Skulls noch 2 Alpha Packs komm letztes Alpha Pack GUN ach kaum grün ach scheiß drauf duplikat sogar noch jaa wenn es euch gefallen hat würde ich sehr gerne über eine positive Bewertung fallen äh abonniert den Kanal und kann ruhig wie das mal zu fassen äh beziehungsweise aktiviert Glocke kommentiert was euer bester äh bester Skin aus dem Alpha Pack Opening war wieder schauen und reingehauen knack 1 2 2